Ja, ich glaube, der Lasse weiß, wo ich zu finden bin. Mach das mal ruhig. Muss ich denn, brauche ich denn für ein Mikrofon? Eigentlich einfach so hinsetzen. Hallo. 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 Ich muss erst mal gucken, ob ich irgendwie noch den Ton kriege. Ich bin ja gar keine Sängerin. So nicht. Na. 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 Ich geh jetzt nach Hause, denn ich bin sehr erschöpft. Ich geh jetzt nach Hause, denn mir ist kalt. Ja, so kalt. Das ist eine Jacke. Das ist eine Jacke. Die Jacke habe ich schon an. Die Jacke habe ich schon an. Aber eine Hose. Ich glaube, die fehlt mir. Das ist eine Hose. Also eine Hose. Eine Hose. Die habe ich schon an. Aber ich meine eine lange Hose. Die habe ich nicht. Außerdem war ich mit anderen Leuten hier. Und die wollen, glaube ich, jetzt auch gehen. Deswegen gehe ich jetzt nach Hause. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Gute Nacht. Ja, wer hätte das denn gedacht, Dass ich jetzt hier sitze. Das war ja noch kein. Ehrlich, was wollte ich das denn machen? Die Katze mag das Katzenklo. Ja, das macht die Katze froh. Die Katze... Dankeschön. Auf Wiedersehen. Das ist schön, wenn ich nach Hause gehen soll. Das ist schön. Danke schön. Ich kann nicht spielen, aber ich kann ein Gedicht sein. Ich weiß nicht, ob man mich hört oder nicht. Aber ich sage, es ist ein Gedicht.